So, Päuschen ist rum, ähm, alles klar, viel Spaß, Nico, äh, Hinweise muss ich weitersuchen. Hm, kann ja nur noch hier sein, kann ja nur noch hier irgendwo sein. Das haben wir schon, also diese Dinger haben wir schon, evil way, okay, das ist kein Hinweis. Hm, das haben wir schon. Hä, was sollen denn hier noch Hinweise sein? Äh, warte mal, da oben, da oben ist da noch was. Wie komme ich denn da hoch? Hm, da ist ein Leiter. Ah, lol. Okay, ich hasse Jump Runs, wenn das hier jetzt ins ist, ne. Hä? Äh. Äh. Aber jetzt lass mich doch mal da hoch. Willst du mich ver-eimern? Zu weit. Schon wieder zu weit? Scheiße, ich komm da nicht hoch. Karl? Ich kann doch bestimmt auf dich springen. Nee, kann ich nicht. Wow. Da oben scheint es Ohnisch zu geben. Nicht, dass ich jetzt sehe. Ähm. Ha! Da oben ist aber irgendwas an der Wand. Ich komm da nicht hoch. Aber wo sollen denn hier noch Hinweise sein? Vereimat mich doch jetzt. Auf. Das hier? Nee. Kann ich irgendwas mit dem Ding machen? Nö. Äh, Karl, hast du was zu trinken dabei? Wo bist du? Natürlich haben wir nix dabei. Neuer. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ach komm schon, vor allem ich habe das hier, ich habe das doch vorher geschafft. Jetzt. Nein. Äh. 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 Ich hänge hier ein bisschen fest, scheiße. Scheiße, ich hänge fest. Fuuuuck. Fuuuck. Kann ich mir irgendwie selber Schaden zuweisen? Nee, schade. Äh. Äh. Was macht die Taube da? Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, ich weiß, dass ich was trinken muss. Das ist nicht so einfach, wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Scheiße. Äh. 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 Na, dann machen wir mal schnell das hier. Was ist das? Braumeister. Krankenhäuser, du verliest weniger Geld, wenn du ins Krankenhaus gehst. Erhöht die Chance beim Battle, mehr Geld zu verdienen. Taubenfähigkeiten am Klickzeitwert wird verkürzt. Nahkampfschaden wird erhöht. Jeder Schlag kann einen Feind potenziell umwerfen. Reduziert eingehenden Schaden, wenn dieser geblockt wird. Die Polizei hört schneller damit auf, dich zu suchen. Blablabla. Elektroschocker. Senkt den Preis der Läden. Ich würde halt das hier jetzt erst einmal nehmen. Und ich würde hier gerne wieder raus wollen. Ohne, dass ich sterbe, wenn's geht. Das ist ein schöner Back. Das muss ich sagen. Ich weiß, dass ich trinken muss. Ich hab aber nichts. Und ich kann auf Karl nicht zugreifen. Der steht irgendwo im Arsch der Welt. Ich komm hier nicht mehr raus. Scheiße. Dann muss ich jetzt in Bewegung bleiben, bis der Durst weg ist. No, 3. Ich kann es ihnen zu schalten. Ja, schön. Man kommt hier auch nirgendswo hoch. Ich hätte ja vielleicht gedacht, hier auf das Zahnrad, aber irgendwas bautet mich da immer weg. LOL 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 Ich hab's geschafft. Jetzt fehlt mir trotzdem noch der letzte Hinweis. Kann ich wieder rausgehen? Ja, kann ich. Ich kann noch nicht. Schön. Na, das freut mich ja jetzt. Ich hab echt nichts dabei, ne? Außer das hier. Scheiße. Äh. Ein Hinweis. Zwei, drei, vier. Wo soll denn der fünfte Hinweis sein und der sechste? Hä? Ach, hier ist auch einer. Ja. 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 Ich hab's. Ja. 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 Okay. Okay. The experiments escaped and Evil Way went hunting for them. If they're still out there, then maybe they can help us out. Our fellow experiments, after all. Also, this is the only lead we have right now, so we have to follow it. Let's see. One got free by accident and let the others out. It probably took some time before they defrosted, though. He didn't want to wait. It was too dangerous. So, he escaped. However, he left a message on the wall for others. To camp here at night. It probably means that we should come here at night. Okay. But why? Between 10am and 2am morgens, um the mission to end. Okay. Wait a minute. That's it. Okay. 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 Oh, Fehler! Essen, Essen, Essen! Ja, ich muss trinken... Ah ja, komm! Scheiß drauf! Nein, was mach ich denn? Wodka! Whisky! Wein! Bier! 2,80! 7 Dollar! 7 Dollar! 5 Dollar! Damit man sich ein paar Bömmchen bauen können! 10 Uhr p.m. 10 Uhr p.m. 9 Uhr p.m. Ufe... Mäja! Ha! Oh nö, hängt der schon wieder da vorne fest. Der will mich doch verarschen. Alter, was ist das falsch mit dir, Carl? Aber wir sind voll. Essen, trinken, Energy, Heal, alles voll. Nice, nice. Nice, nice, nice. Nice. Got it. Yeah, I can hold on to that for you. Wow. Alter. Ah, ist ja gleich so weit. Ist ja gleich so weit, ähm... Hier lang. Hier lang müssen wir. Boah. Dü, dü, dü. Mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Was die noch für Experimente gemacht haben. Da bin ich doch mal gespannt. 10 Uhr, so, wir können. Ja, es ist Nacht. Was jetzt? Was denn? Oh. Auf, auf und davon. Karl, komm mal bitte her. Ich hab mit dir viel mehr Ausdauer. Ähm. Scheiße. Um den kann ich mich jetzt nicht kümmern. Da dann. Äh. Ist da heute noch ein... Ja, da ist noch ein Zeichen. Ne. Hä? Scheiße. Das hat doch hier lang gezeigt. Ist ich dann eventuell hier oben lang? Scheiße. Aber selbst wenn, dann müsste ich ja jetzt hier irgendwo was finden. Ne. Ich wollte schon sagen, da ist wieder ein Zeichen, aber... Komm, entertain dich jetzt nicht. Scheiße. Das dumme ist, die Zeichen werden auch nicht auf der Map irgendwie gezeigt. Scheiße. Ja. Ach, dann da hoch. Lull. Hier vielleicht hoch? Nee, hier ist ja Backrevier. Shit. Alter, wie viele Bullen hier rumlaufen? Aber das Ding zeigt hier lang. Scheiße. Ah, hier. Wo jetzt? Da oben ist die Feder, muss ich mir merken. Nein. Tschüss. Hä? Oh, nee. Dann ist auch noch mal eine Feder. Ich glaube, es ist schon zu spät. Ja, der ist gescheitert. Oh, fuck. Na ja, holen wir uns mal kurz die Feder da oben. Wie auch immer. Da ist das Ding. Lol. Jetzt ziehe ich erst mal den Blueprint. Kleiner Hund. Gut. Der steht auch nicht mehr auf. Oh, Spiegel. Okay, fehlt nicht mehr viel. So, wo war der Anhänger? Hier. Das ging zügelig. Das ging mal zügig. Äh, hier war noch Knoblauch. Knoblauch, da. Call. Da. Aber, wo sollte das denn bitte schön lang gehen? Das könnte ja dann nur noch hier lang gehen. Dass der sich hier irgendwo dann versteckt. Wo führt denn die Straße hin? Die führt halt wieder zurück. Wow. Oder der versteckt sich dann hier drinnen irgendwo. Das könnte auch sein. Was? Lol. Okay. Äh. Hier drinnen haben wir ja den Blueprint bekommen. 10 p.m. Muss ich mir merken. Kai? Ja. 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 War hier nicht gerade noch irgendwo ein gelber Pilz? Ne. Okay. Ich glaube, hier war ich tatsächlich schon nochmal. Aha. Hier führt der uns hin. Aha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Da müssen wir schon mal hin müssen. Kann ich hier irgendwie... So. Für später dann natürlich. we're just getting started oh oh wow i'll make sure every creep knows what you did for me good to see we must to see to see to see bull 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 oh wo geht's denn hier hin oh äh geh weg we 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 gibt es hier nix. Gut. Und hier glaube ich auch mal nicht. Ne. Ich brauche auch wieder was zu futtern. Natürlich finden wir nur Verschimmeltes. Ne, den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ich muss halt immer noch wissen, wie ich an Keramik komme. Hm. Gab es hier unten nicht gerade noch oder vorhin noch was? Ja, ne Fehler, wusste ich's doch. Alter, ich hab gerade mal 13 Fehlern. Die Dinger sind gar nicht so leicht zu finden, ne. Blueprint. Und... So, ich musste gerade mal aus dem Fenster lunzen, ne. was ist mit dem denn los? die Dinger Maß Oder der? Wo geht's denn da hinten hin? Wir laufen auf der Seite weiter, tatsächlich. Wir müssen dann eh bloß da rüber gehen, das passt. Aber hier gibt's nichts. Ist hier... Ah, hier ist eine Alpha Wand. Hier ist eine Alpha Wand, okay. Da oben ist noch eine Feder. Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier. So, ich muss dann aber auf die andere Seite, kann das sein? Ja. Ach, das ist Zielschießen. Da muss ich die Abklingzeit noch leveln. So, wie lange bin ich dabei? 2.15, gut. Heute Nachmittag gibt's einen dicken, fetten Minecraft-Stream. Der letzte, den es Nachmittags gibt für die nächsten 6 Tage, weil meine Kiddies ab morgen Nachmittag da sind. Und da werde ich's nicht streamen nachmittags und abends. Nur vormittags mal Boom-Simulator zum Guten Morgen-Stream. Und... Ich hoffe, wir sehen uns heute Nachmittag oder laufe der Woche wieder vormittags zum Guten Morgen-Stream. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag. Auf Wiedersehen! Vielen Dank.